Ein goldenes Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, einfach nur Minecraft, wieder ein Projekt ohne Name oder vielleicht hat das Video einen Namen, ich weiß es nicht Leute, das wird langweilig echt komisch auf meinem Kanal, aber Leute, ihr habt schon mal wahrscheinlich gerade auf das Datum geguckt, hm wann kommt dieses Video raus, ah warte, ich guck mal nach, äh, äh, ja, ja, äh, achso, ja heute ist der 1. September, oh, was bedeutet das Minecraft? Mein Kanal ist 1 Jahr alt, ja, 1 Jahr Gold ist C feiern wir heute, das heißt, äh, mein Kanal ist jetzt echt 1 Jahr alt, also eigentlich ist er jetzt schon 1 Jahr und 2 Monate alt, aber ich hab erst am 1. September so gesagt, das goldene Team erstellt und ich finde, das goldene Team, das sind wir, meine Community, unsere Community, wie man's sagen will, und deswegen finde ich, war das auch erst der richtige Abschluss von der Erstellung meines Kanals. So, und das, darum feiern wir heute 1 Jahr Gold ist C, ja, und, ja, da ist auch Spikey, Spikey, äh, oh, ich muss man sich wirklich fragen, am TJ-Pult. Spikey ist heute auch dabei, der gute alte Spikey, und wie ihr seht, wir sind hier in so einer riesigen Halle, weil, sie sind auch richtig coole Lichter, so Disco-Party, man kann hier richtig Disco machen, Leute. Und hier werden wir auch heute feiern, hier mit dem ganzen Boden und so, hier haben wir noch ein paar Geschenke, die ich, äh, die man öffnen darf, könnte, äh, ach ja, hier haben wir Fanta, das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Hier haben wir solche, ganz vielen, müsste eigentlich noch irgendwo, glaube ich, Fleisch sein, oder? Müsste ja nicht irgendwo noch Fleisch sein, oder so? Noch nicht, hier ist nirgendwo Fleisch angelagert, das wär ja, das war ja richtig mies. Dann haben wir ja gar kein Fleisch, da haben wir nichts zu essen. Nein, ist hier wirklich, ist jetzt auch egal, Leute. Ja, wir feiern heute ein Jahr Goldes C, und, ja, wir machen uns hier, haben wir erstmal, hab ich in Minecraft-Karton an, wahrscheinlich ja, oder? Und machen wir jetzt hier mal 100% Leute, weil ich mach das lieber noch, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, äh, ich bin, oh Leute, nein, das ist so, Leute, äh, hier, so, das machen wir so. So, das behalten wir jetzt nur für diese eine Musik, Leute, ihr wisst, ich hasse, oh mein Gott, Leute, es regnet, es regnet, es regnet, oh. Komm, gib mir die CD, dann machen wir das hier schnell aus. Boah, gibts hier nicht irgendwie Wetter, das nervt mich nicht, ja, Wetter. Wir machen jetzt Party, komm, wir machen Party. Ein Jahr Goldes C, Leute, sag ich nur. Wir haben ein Jahr schon geschafft, wir haben in diesen einem Jahr 100 Abonnenten geschafft, wenn es so weitergeht, haben wir ungefähr in 10 Jahren 1.000. Jetzt ist es negativ, weil meine Kommune in die Gemeinde, weil ich mal hier verzerrt. Ich hoffe, ihr feiert mit mir heute diesen Tag ein Jahr Goldes C, der 1. September. Ab sofort sind wir, ist dieser Kanal, oh Gott. Ab sofort ist dieser Kanal ein Jahr alt, Leute. Ich feiere hier noch eine Runde mit Spikey, der Kanal ist jetzt ein Jahr alt. Feiert, alle meine Zuschauer sollen heute feiern diesen Tag halt ein Jahr Goldes C. Feiert diesen Tag, nutzt ihn aus. Heute ist zwar, glaube ich, Schule, aber dann sagt in eurer Schule, Goldes C ist endlich ein Jahr alt. Und dann könnt ihr so einen Rund, so einen Freudesprung machen oder irgendwie sowas, Leute. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag heute. Macht was draus. Genießt den Tag wie ich. Heute ist der ein Jahr Goldes C Tag. Ich werde auch vielen meiner Freunde sagen, dass es heute der Goldes C Tag ist. Und, ja, ich kann, ihr könnt euch schon mal bald drauf vorbereiten, dass einige neue Projekte dazukommen werden. Natürlich einige weggehen, wahrscheinlich. Wir, ja, und deswegen, ja, freut ihr euch schon mal auf die nächsten Projekte. Ein Jahr Goldes C. Endlich ist ein Jahr für dieses Kanal geschehen. Das zweite Jahr hat nun begonnen für den YouTube-Panel Goldes C. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder. Vergiss es nicht, in euren ganzen Freunden zu sagen. Und genießt den Tag. Macht was draus. Trinkt auch ein bisschen Fanta, falls ihr könnt. So, Feier. Ja, isst Kuchen, was ihr wollt. Äh, hier guckt euch ein paar Videos mit Spikey an oder so. Weiß ich nicht. Spikey und ich machen jetzt ein bisschen Party. Ja. Und was soll ich sagen. Wir machen dann heute, wir feiern heute ein Jahr Goldes C. Yeah, Leute. Und, endlich ist das eine Jahr um, was wir hier begonnen haben. Weike, bitte. Danke. Endlich ist ein Jahr um. Endlich können wir, können wir das zweite Jahr beginnen. Neue Projekte beginnen. Vielleicht mehr Zuschauer, eine größere Community aufbauen. Und, falls ihr euch auf das zweite Jahr von Goldes C freut, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns bald wieder. Freut euch auf die nächsten Videos gekommen. Und, ciao.